Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Part von dieser Allendermap vor dem ich ihn an vergessen hab lol ähm und wir sind hier im Lava-Raum und ich begrüße euch obwohl ich nicht aufnehme auch wieder äh fail ist aber scheißegal wir fangen direkt an und hüpft los hüpft flair alle nacheinander ich bleibe hier für Tür öffnen da hinten Faschism Fail dann muss ich so warte das was wir waren Leute das hast du durch kontinuierende davor ist er da warte warte yes alle ich mach die Tür auf mach so ah mach noch mal das war nicht richtig so danke bin drin und ich glaube auch oft hier sind Pfeile aber das habe ich jetzt nicht gesehen gerade wovon seid ihr jetzt ja und wir wie kriegen wir jetzt die Tür da auch die Tür aufmachen für alle na seitlich schon drüben ja ich hier ich kann Tür aufmachen für alle ja ok Leute da kommt dann kannst du dich dp'n äh du kannst dich dp'n äh Player ok achso warte ich nein warte hier bitteschön Tür auf hallo komm rein ja ich also ihr seht ja dass ich hier Player springt zuerst genau gut ich bleib einfach hier auf dem Knopf stehen und dann warte ich halt ok ja pass auf Player lang so ich hab's direkt geschafft ok gut nico einfach ja wenn man dann da rüber gespuckt boah man warum hast du dich dp'n boah ey was sind das eigentlich für ach ich war schon fast da wo bin ich oh man ja wo ist denn jetzt Player sag mal was keine Ahnung ich bin jetzt hier ach scheiß Dreck Mann Player sag mal was ist doch hier auf unserem Channel Player du hast dein du hast dein Mikro aus verdammte Scheiße was soll die weißt du was Player für was hab ich eigentlich den Scheiß hier angefangen oh man Player hallo wer hat mein Mikro ausgemacht ja du selbst denk ich mal jetzt können wir nochmal neu anfangen oh ich hab nichts gemacht man let's aufregen also jetzt haut mal die Tür wieder auf weil ich bin da kurz rausgegangen ja ich bin jetzt hier wieder eingesperrt Mann ja Player teleportier den Mikro mal kurz bitte oh man danke dass du mich gerade eben runtergeschubst hast let's fail free Chaos on Mars weißt du was Zocker du bleibst drüben ja wir sagen einfach wir hätten eine Minute vergessen aufzunehmen okay ja ich ich nehme ja immer noch auf also oh nein dann musst du einfach nur schneiden okay ich schneide nicht das macht man mit rein das ist witzig ich ich stehe auch nicht kein Bock drauf dann äh Team Speed ausfall tut mir leid Leute und da sind wir wieder dann äh fang ich mal an okay ich würde mal sagen ich komme dann mach ich so nirgendwo fast da hat er war knapp noch ein kommst schlimmste wird oh meine Fresse aber dann konnte nur den da kommt jetzt alleine hin um du weißt den Weg oder ja jetzt mal ja mach mir mal die Eisentür bitte auf die ist offen nein die ist zu welche ist ich bin hier ja schon am Ende aber egal wo war das was war das war Lava ne was war das wieso oh man boah seid ihr schlecht danke bitteschön gerne wieder Juba du Penner hast gleich am ersten Mal geschafft hast genau ich kann mit Lex nicht arbeiten ja also vielleicht so hier wenn das noch zu lange geht würde ich sagen mach ich einen kurzen Schnitt oder und wenn wir es dann wenn wir dann drüben sind alle mach mal wieder weiter genau also wir sagen dann mal tschüss zu euch ne ja bis gleich okay ich war schon drüben willkommen zurück zum Let's Play bereits der vierte Part und wir sind über die Lava gekommen zwar nicht der vierte Part aber egal ja kann sein ich bin der dritte vierte eins von beiden okay ich würde mal sagen wir müssen rüber ne ja jetzt lauf bin drin so und jetzt mach mal Abgang hier ich hab sau viele Pfeile verdammt ha ich wurde gerade mal ich wurde gerade mal einmal getroffen hier Tür öffnen Tipp die NPD ist nicht was NPD ist nicht was soll keine Ahnung ich verstehe es nicht ich bin doof die NPD ist nicht was für Deutsch okay hat jemand irgendwas zum hier drauf tun ich hab Pfeile warte ich geh mal hier hier ist so 56 hier ist so Rutschblock hier man muss so hoch ach ja genau einfach da drüber springen das muss man mit Rennen machen wahrscheinlich oder so ja genau also dann mach mal jetzt Player verdammt man ja was soll ich denn machen ja wenn hier alle im Weg stehen dann nein nochmal hier ich bin zu weit jetzt aber hier vernünftig das machen wir nach dem Alphabet oh fuck man das heißt ich bin letzter vorletzter sogar auch egal du bist letzter wenn man es richtig macht oh man wer fuck man was ist denn das für ein Scheiß hier lustig aber also ich glaube dass wir springen kriegen wir nicht ich hab's warte das ist eine Kiste glaube ich das ist eine Kiste guck mal wo denn da oben ja da ist Redstone da hol okay hol braucht ihr das hier Tür öffnen soll ich das euch geben hier unten ja gibst uns blatt da oben okay warte bitteschön gibst Nico ja mach ich ja ein Redstone gut gibst Nico du musst mir zwei geben irgendwo ist ne Tür auf es gibt keins mehr eins reicht dann da oben ist die Tür ah du okay du musst da links weitergehen ja ich weiß ah jetzt krieg ich übrigens so ein Höhlenankündigungsgeräusch im Ohr nein warte 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 nicht sagen ich muss mich konzentrieren jetzt oh alter 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 jetzt war ruhig hier ach nein nein mann also das ist der größte letzte Fall ever oh ey komm ey jetzt mach kein Terz hier das bringt uns 50 Abonnenten plus wir machen nur scheiße hier ey einfach nur geil wir sind die Mega Bailo Bros oh wer hat sich wieder gegen mich gesprungen ja das macht man so im Gamer in der Gamerbranche oh komm ey jetzt jetzt reicht's komm ey jetzt geht doch mal aus dem Weg hier ich gehe jetzt nach Hause bis dann ja genau tschau hau rein wie wohnst du denn hier in Minecraft oh oh dann geht's natürlich nicht ach egal jetzt so ey nein jetzt mach mal Eier okay jetzt schub mich nicht wieder runter stopp 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 ey jetzt jetzt machen wir warte ich geh dazwischen dann springst du auf mich drauf und dann so drüber so jetzt hier nein nein oh nein scheiße mann nein 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 oh du du halten oh ja der Biggest Loser gibt's in der Sendung The Biggest Losers ne und das sind so fette Typen in der Sendung die versuchen abzunehmen Prozent der Opfer die Liga sie heißt auch wenn du sagst ich glaube die Leute auf Box oder RTL manchmal und da sind so viele die Besuchungen abzunehmen ah ich hab schon wieder auf einen Block drauf also Player Ochman Beraten Hey ich hab kein Bock mehr langsame komm es ja lustig ja aber irgendwann Frustpotenzial sag ich da nur ne kurz und knapp Ok jetzt willst du mal ruhig zockern muss ich konzentrieren damit er das schafft damit er gut Oh der war fail das war da war ich schuld sorry Ok jetzt schub mich nicht runter ja dann mach Hopp 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 Oh Heilige Mutter von einem Ganzen Ach der war scheiße Mann Warum müssen hier auch Eisblöcke sein da rutscht man noch voll rein Nein immer hier Mann jetzt reicht's naja ich sag nur Leute das kann was werden hier Oh ja das kann was werden Ok ok ich bin hier drauf Aber egal das schaffen wir schon Irgendwann in den nächsten 80 Jahren Mach Oh man Boah wenn ich das schaff dann dann er jetzt dann ist wirklich Dann machst du erstmal ne Party für alle Genau da mach ich Nein Dann lese ich jeden jeden einzelnen Abonnent von mir vor als als Special Wir können ja so als Abonnenten machen Ach Fuck Ja ich Dankest du dir null Abonnenten Ich kann das Ich lese dann hab ich hab ich ihr mal vor sowieso mal schauen jeden einzelnen Abonnent vorlesen ich weiß nicht mach ich so mal ab ab ich würde sagen Ab 100 Abonnenten machen wir das mal Wenn ich die erreiche Schub mich doch nicht runter Ja jetzt geht mal aus dem Weg hier Ja Ich bin das Schiff Ich komme Ist der Obergangsterboss Obergangsterboss genau Ach ja Leute Als kleine Info Ich werde demnächst auch noch eine Servershow machen wo ich den Server von mir zeige mit dem Nico zusammen wahrscheinlich oder dem Player natürlich auch beiden geht auch Schauen wir dann einfach mal ne Und dann zeigen wir Also wenn ihr bohnt euch einfach zu zocken ihr müsst unbedingt auf Zockers Server das ist so krass da Also jetzt nicht nur um Werbung dafür zu machen ich finde das echt geil da Ja das ist cool Also ihr müsst halt einfach ich gebe euch dann die Hamachi Daten aber also per PM Ja ihr braucht Hamachi das ihr wer wenn die Servervorstellung kommt wird Zocker das vorkommen Ich werde extra für euch verlinken weil ihr ja nicht wisst dass Google euer Freund ist Genau Google ist euer Feind Ich bleibe jetzt hier so lange stehen bis hier oben sein will ich schub mich immer runter Nein Oh Mann ey Boah da muss man Geduld haben ey vor allem Ruhe Ruhe und Frieden Rest in Peace So Ich war schon da Mal hier Ich bin blöd Ich bin blöd Ey jetzt hier Mann Nico das wissen wir alle Danke dass du mich in meiner Selbstsicherheit bestärkt hast und mir den Weltfliegen wiedergegeben hast Ah Stopp stopp Sag bitte nichts ey Ich bin hier Ja 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 Oh fuck 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 Jetzt mal Ja Stopp 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 Jetzt Äh 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 Okay Okay Ja Ja Ich hab's Ich hab's Ich hab's Geil Wir müssen das auch schaffen Okay hier steht schon mal Hm Ich hab wohl die Au Was Auszüge vergessen Na Da steht Achso Aufzüge Nicht Auszüge Was laber ich Ja Auch Kontoauszüge Da steht Ich weiß nicht Aufzug oder Auszüge Was weiß ich Da steht's nämlich nicht Da steht nur Auszüge Und es ist halt scheiße Ne Da kann man mehrere Sachen einsetzen Eis könnte schmelzen Als kleine Info Das wissen wir bereits Da brauch ich Ah und hier ist ein Feuerzeug Hier haben wir ein Feuerzeug Das ist doch mal nice Ach Fackel mich ab Das ist gut Ey warte Da oben ist ein Eisblock In der Nähe von der Tür Zünd den mal an Dass der Schmilzer haben Mit dem Wasser strahlen Und dann können wir hochschwimmen Genau Wo Links äh Wenn du aus der Tür kommst Ich steh doch hier Hier guck mal Da wo Der ist über mir der Block Ja ich seh Ich kann Ich geh da sicher nicht mehr runter Das Du spartest nicht von dir Nein der ist direkt da Links man Da Verdammt Du stehst auf dem Block Und das äh Links wenn du jetzt Jetzt links Da ist Holz Nein Hier Ach weg nicht Guck mal nach hier Guck mal nach meinen Namen Guck mal nach meinen Namen Ja Dann kommst du runter Ja Ja den Der ist ein Eisblock Ja Ja der brennt aber nur kurz Mehr ist nicht drin Dann mach immer wieder an Was hat denn das für einen Sinn Der geht nicht weg Leute Denkt doch mal nach Eisen Kann man nicht mit dem Feuerzeug schmelzen Das ist Eis Ja okay Sorry Ich hab hier Ich verbrauch mein ganzes Feuerzeug Ne Leute Kein Bock da drauf Dann gib's doch mal kurz her Nein lass ihn Lass Das ist nicht das Feuerzeug Es ist schon bald Drei Viertel voll Haben wir jetzt nur noch Ja jetzt komm Kommt mal zu Potte hier Ich hab's auch geschafft Ja okay ich hab's Ich hab's Ich geh jetzt mal runter Ja Ne lass Bleib da mal Nein lass ihn mal gucken Vielleicht findet er irgendwas Das uns hilft Eis könnte schmelzen Ja super Kann ich das kaputt hauen Geißel Ja kann ich Eis kann man kaputt hauen Das ist erlaubt Alter Eis ist so erlaubt Ey Nico was soll das denn Hey Leute wo ich bin Schaut mal Kommt mal erstmal Kommt mal erstmal hier her Hier ist Hier ist krank ey Geile Scheiße Hier sind überall so Tasten Ah ich kann weiter Also ich könnte jetzt Demnächst Ich hab nur noch ein halbes Herz Scheiße Ja dann musst du halt Game Mode ne Teleportieren oder so ne Ja Also Ja ich warte mal Gemütlich hier Also Ich befeuere die I play jetzt mit Feier Ich würde sagen Die Aufnahme ist dann auch mal Wieder zu Ende Also Ja Also halt gleich Wisst ihr was Wir stoppen die Aufnahme wieder Also wenn man jetzt endet Und dann sehen wir uns da oben Weil Ja Beziehungsweise ich bleib wahrscheinlich hier unten Keine Ahnung Okay Ja also Dann würde ich sagen Ende Ja Haut rein Dann